Das ist halt immer so eine Schwierigkeitssache, ne? Das ist halt das Problem. Läuft das denn jetzt auf der Forge-Version? Läuft das nicht da drauf? Das ist das ja immer. Das ist halt das Fragliche. Das kann man ja austesten. Auf jeden Fall. Ja. Da wäre ich auf jeden Fall für. Ich nämlich auch. Fraglich, weil macht man es, ne? Wie ich dich kenne, so am besten jetzt gleich sofort. Ähm, ja. Kannst du den Bauserver dafür nutzen? Und darauf testen, dass ich hier noch zur Not weiterspielen könnte? Du musst das ja halt erstmal in meiner Minecraft-Version testen. Genau, teste das. Pass auf, ich kann ja so lange weiter aufnehmen. Du bist ja noch da, wir können ein bisschen bequatschen. Und ich mache einfach so lange weiter schon mal. Ja. Wir essen da mit. Weil dann kann ich nämlich hier schon mal mich dazu begeben, da hinten den Generator weiterzubauen. Gut, Leute, ihr habt es gehört. Bei Flash hat man mich noch. Denn wenn ihr das weitergucken wollt, seht ihr das bei Ihnen? Hallo! Bei mir sind es jetzt 17 Minuten. Ja, vielleicht sind keine Ahnung. Ist ein Völkchen. Für die eine Folge. Ja. Würde ich sagen, so meinst du schon, geht zu Flash rüber. Quatsch. Also, ich habe auf jeden Fall Leute, die gucken. Das hat einen Kriecher in letzter Zeit mit. Mhm. Und würde ich sagen... Wandert zu mir! Wir sehen uns später wieder, wenn ich das im Laufen gekriegt habe. Ciao, ciao! Ciao, Cento bis gleich! Uiui! So, bei mir geht es natürlich weiter. Ich baue den Radiator Black und Centos. Kümmert sich um Botania, Fauncraft und Schwierigkeits-End-IO. Sag ich mal so. Was kommt denn dazu? Na gut, die ganzen... Kapazierde werden echt ganz gut. Panels ganz gut. Ich frage, ob man das halt verbinden kann. Mhm. Den ganzen Quatsch. Ähm. Botania wird sowieso ein Mod sein, wo du wieder viel Platz brauchst. Fauncraft, da wirst du extrem viel Platz brauchst. Fraglich ist Fauncraft mit, ähm, wie heißt dieser Mod hier? Mit Palms Harvestcraft verbindbar, weil diese Golems, weiß ich nicht, ob die das abkönnen. Automatisch ernten? Ja. Muss man probieren. Und auch, ob diese, ähm, grünen Lampen, die Grove, Grove of Lamp oder so, die du irgendwann kriegst damit. Boah, das heißt, man muss echt lange Nodes suchen. Guck mal was nach. Technik. Guck mal was nach. Accountscha, ähm. Schau mal. Kohle. Okay. Versicher, was das für eine Version ist. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Eine Liste, was das eigentlich sein soll. Der ist jetzt mal Kokain, ne? Du kriegst mal. Kannst du keine Kohle nehmen? Nur Charcoal? Nur Charcoal, okay. Macht der auch nichts. Der Tank füllt, sieht das ist gut. Terrell. Da werden wir das Holz auch noch ein bisschen Vielfalt verwenden. Stimmt, Skype, ja, kommt der vor diesem Video, ne? Ja, definitiv. Das heißt, man sieht, was wir machen, weil Skype ja schon mit angestellt hat, mit dem Holz. Ja. Das übertriebene hohe Windrad. Vor einem Tag wurde Skype ja schon mit angestellt. Mhm. Aber warum hat er mich eingemacht, was? Stimmt, kleine Bugfixes oder sowas, uninteressant ist. Ja, aber das ist immer gut, wenn man das von klein tut. Ja, damit eigentlich sieht, was Sache ist. Ingenieur, jetzt brauche ich Generatorblock und auch noch ein paar Heavy-Engine-Blocks, okay. Dann kriegen wir nämlich gleich die Generator-Schnittsrunde auch noch. Ich sollte es richtig schreiben, Heavy. Stahl. Noch mal zwei Stück. Aber bei den anderen hat er die Fichte nicht mit einem. Zwei. Pisten und Elektro-Engine-Gott, habe ich das eigentlich noch? Ich habe auch noch Silber. Okay, da steht es schon mal nicht drin, ne? Gold, Eisen, Stone. Sulfo-Elektrum, Stahl. Pisten und Zim. So, komm. Was da hinten jetzt noch Sache ist. Was steht denn auch offen? Oh, da sehe ich jetzt schon, dass irgendwo eine Riesenfläche Botania steht. Bestimmt, wo die Bäume sind, da ist ja genug Platz. Nööö. Wo derzeit die Bäume sind. Da soll die Baumfarme entstehen. Okay. Weil ich will es ja nicht übertreiben, sonst hätte ich ja gesagt, okay, nimm mein Factory Loaded, aber das ist übertrieben schon. Ja, da habe ich es jetzt auch schon gesagt, aber dann darf ich, ne, das ist zu extrem. Ja, ist es auch. Äh. Aber wenn das einmal startet, ne, sag ich mal, dann. Eigentlich tust du das. Ja. Was? Da werden wir auch wissen, wenn mein Factory Loaded einmal läuft, dann läuft das. Da sind doch, glaube ich, auch die Laser drin, ne? Ja. Da sind sogar die Laser drin, ne? Ja, aber, jetzt, du, die Gates, ne? Die Gates sind, ähm, Bildkraft. Ähm, Bildkraft. Äh? Bildkraft. Ah, ne, die haben wir so, ne, die haben wir gar nicht drin, oder? Doch, doch, Bildkraft haben wir drin. Okay. Bildkraft haben wir reingemacht wegen der Kombination mit dem Engineering, mit dem Immersive Engineering Mod. Schön, ja. Na, der ist da. Was fehlt dem denn? So. Äh. Zack. Oh, generator Block. Ja. Oh, so. Kinetic Motor. Äh, so. Dann mach ich, nutze ich erstmal Botanien. Testet. Ach, komm. Ein, zwei. Ich hab vergessen, dass das ja auf die gleiche Platte ist und dementsprechend zieht er ja nur den Matraus und muss den jetzt nur wieder reinspeichern. Ich würde mich nicht mehr machen. So, fünf Stück. So, dann starte ich mal, mal gucken. Fünf Stück. Haben wir gestartet oder nicht? Zehn. Dann hab ich den Hammer mit. Wo ist denn der Hammer? Kiste. Ja. Wenn die Golems später ernten können, boah, das... Puh, ich erinnere mich noch an mein altes Farmcraft. Alter Schwede. Mit Explosion Node. Wo dieser Krater entstanden ist. Da hab ich mal eine Singleplate damals mit auseinandergerissen. Okay. Ja, wenn die Node einmal frisst, dann frisst sie sich in die Gegend rein. Sollte... Irgendwas passt hier nicht. Generatorblock. Heavy und Radiatorblock. Radiatorblock. Heavy, heavy, heavy. Heavy, heavy, heavy. Zeckstecks 27,9 passt so. Ah, da ist er aufgeploppt. Der Generator. Der Generator ist fertig. Brauche ich nicht. Brauche ich gerade auch nicht. Wer noch kostet Material. So, tehe ich auch mal nicht ein. Das ist wichtig. Jetzt laufen die noch nicht, ne? Ja, die laufen noch nicht. Also ich muss ja erst hier Strom hinbekommen. Strom. Quank. Quank und verrückt gerade. Hier immer. Oh ja, sehr sogar. Aber ich habe da schon wieder eine Lösung gefunden. Brauche einfach Thermal-Generatoren, zwei Stück. Oh, ist eigentlich noch der Schneemann da? Wir müssen auch da sein, ne? Da ist er. Wie lieber der Schneemann lebt noch. Er braucht auch mal ein neues Zuhause. Ich glaube, er braucht seine eigene Schneehülle irgendwo ganz tief unten. Ja, das liegt halt am Gebiet, dass da kein Schnee ist. Ja, kann er leider nicht generieren hier. Da ist er mit allem bisher noch kein riesengroßes Schneegebiet gefunden. Gut, wo er vielleicht Schnee generieren können, wäre er da hinten, wo er auf den Bergen oder so. Aber das macht es ja automatisch. Gehen wir mal gucken, was ist die Dinger kosten? Was sagen wir denn hier? Excel Heater, Item Movie. Nein, nein, nein. Da, Geothermal. Nickel und Kopper. Stahl, Silber. Holz, nö, nö. Eisen ist immer gut. Redstone, habe ich noch unten drin. Nickel und Kopper. Plupp. Das haben wir da bestimmt auch mal hier drin. Was ist denn hier noch? Elektrum, Sealed Bricks, nö. Gold. Copper. Mal am zweiten Stick mit. Silber. Lead. Nabel. Aluminium. Wie kriege ich denn Nickel? Hm. Das hatten wir bisher noch gar nicht richtig. Silber. Lead. Aluminium. Das ist natürlich blöd, wenn man das noch nicht hatte. So ein bisschen mehr rumgucken, da haben wir noch eine Kiste davon. Was ich auch nochmal machen könnte, mit dem Curse Launcher, ne? Ja. Oh, da muss ich den updaten. Oh, ekelhaft. Das, ich möchte mich dann vielleicht nachher mal hinsetzen, wenn man ne ordentliche Forge-Version nehmt, ne neue, und dementsprechend die ganzen Mods updated, weil wir bei Live in the Woods kam bis jetzt nächsten Jahres. Die Mods sind halt relativ alt, und in den meisten Mods ist halt relativ viel neue schon wieder drin. Ja. Dass ich da halt die neuesten Dinger nenne. Aber dass es nachher auch nicht funktioniert, also dass man da nicht daraus geht, dass es nicht funktioniert, ne? Gut, wir können da auch Backup machen dann. Nein. Nein. Curse Launcher. Ich mach, äh, über Curse Launcher kannst du halt ein eigenes Mod machen. Okay. Eigene Modback werde ich machen. Deine Modback ist ja, wollen wir, wir wollen ja ein bisschen was in Live in the Woods erhöhen hier. Ja. Dementsprechend von Live in the Woods alles nehmen, auf die neueste Version alles updaten. Das ist das, was kommt nämlich auch schon in den Mods. Achso, okay. Aber halt irgendwie über den anderen Blüten schon. Wieso denn nicht? Und das könnten wir halt über Curse machen. Curse Curse Curse. Okay, den Geothemal können wir abhaken. Ich hab keinen Nickel, wieso auch immer. Das ist natürlich komisch, wenn wir so was nicht besitzen hier. Wir sind ein armes Völkchen, seh ich gerade. Besitzen Stahl, aber keinen Nickel. Das heißt, wir werden auf das Improven Windrad gehen. Blastige Cords. Wettwood. Blast für ein bisschen Blöcke. So was besitze ich auch wieder nicht. Ich bin echt ein Held heute so. Ein Held im App befüllt. Ein großer Held im App befüllt. Tensionen, dann steckt die Daten. Ich bin so dumm heute wieder. Klar. Schon wieder so Hass, ne? Weil da steht, Bowless Annie. Das ist halt auch noch ein anderer Mann. Der für Britannia extra. Ich bin so blöd, anstatt in den Ordner 1, 7, 10 zu gucken, wo der Code-Chicken, was, der, wo, halt, der, BSKR-Core drin ist, der Chicken-Chunk und Code-Chicken-Lad. Ja. Bei Sky rein zu gucken, ob da der Ordner drin ist, ob da die Datei drin ist. Nein. Ich lade die einfach runter. Ah. Okay, ich sag ja nichts. Aber das funktioniert. So, das ist schon mal drin. mit Britannien. Laufend auch? Ja. Erstmal, ähm, Creative. Zack, aber öffnen. Kann ich den, das ist Borderglass. Es gibt Chiseltes. Bidding, hey Wayne, das dauert ja immer so schön lange. Lang, lang, lang. Lang, lang ist der. Flash hat einen Schaden. Oh, hat er auch. Okay. Das läuft. Dann such ich mal Kospitania aus. Man muss ja auch gucken, wenn man platziert, manchmal, und bei manchen stellt es das dann ja auch halt ab. Na klar, du musst immer platzieren, was austesten. nicht, dass wir da stehen und dann so düdün. Ja, das stimmt. Eigentlich, das ist relativ, brauchst du halt nur eine Sache von Britannien sitzen. Das funktioniert. Das Buch öffnen, das funktioniert auch. Okay. Das geht schon mal. Dann heißt das erst mal, Towncraft, die richtige Version raussuchen. Oh, Towncraft ist so. Das ist schon so ein Hardcard-Kommod. Gab es sich dann eine extra Welt noch? Nee, ne? Gab es bei Formkult. Ich war ja. Twilight. Toilet und Eater. Die gab es ja eher. Jetzt brauchen wir noch da. Jetzt brauchen wir Hemms. 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 Was geil ist, gibt es ja alles. Auch der Curs heute. Keine Ahnung. Was ist denn hier auseinandergesetzt? Sagt dann? Das ist halt der Vorbilder. da bin ich mit aufgeschmissen ja ich setze mich halt immer damit auseinander das weißt du ich hier so ja nischt 4 4 2 3 was die neueste schon gar 189 also das müsste für die fortschritte und laufen koffing dann schauen wir mal rein damit 24 jetzt warum das geprüft wird braucht er da acht stück von hast du ein latten schuss ich weiß jetzt halt nicht ob es die taumkraft noch mal ein extra mod sein musste ich auch nicht weil manche mods müssen ohne ein extra mod noch mal ein extra mod dass das auch läuft so wie bei botanien jetzt was fehlt den botanien denn hopeless ok ich hab keine sticks mehr aber bis Vielen Dank.